Was wir hier sehen, das ist nicht nur ein Hahn, der nur Kikiriki macht, sondern der singt. Dieser Hahn ist berühmt aus Tänise und er singt so lang, dass es 45 Sekunden lang singt. Wir können im Moment leider deren Singen nicht feststellen, aber er ist bekannt in der Türkei und die ganze Welt berühmt. Das ist eine Gümüşkır Art und er singt sehr schön. Das ist eine Gümüşkür Art und er singt. Das ist eine Gümüşkür Art und er singt. Das ist eine Gümüşkür Art. Untertitelung des ZDF, 2020